Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4453 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Schreiner arbeiten häufig mit anderen Handwerkern zusammen, zum Beispiel Glasern und Elektrieren. Schreiner arbeiten häufig mit anderen Handwerkern zusammen, zum Beispiel Glasern und Elektrikern. Diesen Künstler haben wir in einem Club entdeckt. Er ist zum ersten Mal im Tonstudio. Diesen Künstler haben wir in einem Club entdeckt. Er ist zum ersten Mal im Tonstudio. Mein Arzt hat gesagt, dass solche Kopfschmerzen immer wieder vorkommen können. Mein Arzt hat gesagt, dass solche Kopfschmerzen immer wieder vorkommen können. Mein Arzt hat gesagt, dass solche Kopfschmerzen immer wieder vorkommen können. Ich darf mich nicht überanstrengen. Es ist wieder vorgekommen, dass er mich hintergeht. Das lasse ich nicht mit mir machen. Bestellungen aus dem Onlineshop nehme ich telefonisch von einem Kollegen entgegen. Bestellungen aus dem Onlineshop nehme ich telefonisch von einem Kollegen entgegen. Auf dem Tisch steht ein 7-armiger Kerzenleuchter mit brennenden Kerzen. Auf dem Tisch steht ein 7-armiger Kerzenleuchter mit brennenden Kerzen. Auf dem Tisch steht ein 7-armiger Kerzenleuchter mit brennenden Kerzen. Zuhause ersetze ich alle alten Neonlampen durch sparsame LED-Lampen. Zuhause ersetze ich alle alten Neonlampen durch sparsame LED-Lampen. Die rote Gerbera ist meine Lieblingsblume. Welche Blumen magst du am liebsten? Die rote Gerbera ist meine Lieblingsblume. Welche Blumen magst du am liebsten? Die rote Gerbera ist meine Lieblingsblume. Welche Blumen magst du am liebsten? Wir haben den Durchbruch geschafft. Das Team bespricht die letzten Details. Wir haben den Durchbruch geschafft. Das Team bespricht die letzten Details. Wir haben den Durchbruch geschafft. Das Team bespricht die letzten Details. Ich zeige meiner Tochter, wie man mit dem Computer arbeitet und spielt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.